Hallo und willkommen zurück bei Die Sims Familie Pesti. Es ist eine ganze Weile her, dass ich das Spiel gespielt habe, aber ich denke mal, wir kriegen das schon hin. Ich glaube, Geralt und Jen, ich glaube, Geralt muss ja auch bald zur Arbeit gehen oder so. Klingelt da nicht irgendwie um sechs der Wecker? Dabei, warte mal, dabei ist er irgendwie nur um neun, muss er irgendwie erst arbeiten oder sowas? Das ist total extrem. Gehen wir erst mal, ja, okay, gehen wir erst mal auf Klo. Von mir aus, Jen kann putzen, wenn sie aufsteht. Warum ist sie denn jetzt schon aufgestanden? Wie seltsam. Okay, sie ist jetzt schon aufgestanden. Das ist interessant. Was willst du? Du musst auch pinkeln. Weißt du was? Mach doch deinem hart arbeitenden Freund. Ah, abspielen. Ja, weißt du was? Okay. Frühstück servieren. Kriegen wir das hin? Genau, wir haben ja gar kein Herd mehr und deshalb machen sie immer nur Salate. Ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Komm, reinigen. Das macht alles, Jen. Du gehst zur Arbeit. Du bist, ähm, ich wollte, ich will nicht sagen, wichtig. Aber, ähm, das ist bedeutsam, dass du hier relativ schnell zu Rande kommst und dich nicht allzu sehr von irgendetwas aufhältst, was deine Frau, sagen wir einfach mal, machen kann, während du auf der Arbeit bist. Das ist vielleicht etwas sinnvoller. 33. Sie wollen immer noch nicht in einem Bett schlafen. Bei Geralt sind es 47. Also, Geralt hält von Jen mehr als Jen von Geralt. Die Fahrgemeinschaft für Geralt fährt in etwa einer Stunde. Um 8 Uhr. Meine, er hat gar keine Zeit. Er hat gar keine Zeit. Rennen. Renn. Du hast keine Zeit, Mann. Ich meine, gut, er steht um 6. Warum rennt er denn? Er ist wirklich gerannt. Warum? Nimm den Kaffee. Warum ist er gerannt? Ich hab das nur so gesagt. Da stand er nicht hierhin rennen. Aber der ist schon fertig, der Kaffee. Sie essen wirklich einen Salat zum Frühstück. Warum? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Wenn die Essen servieren, dann ist es nicht so nahrhaft, wie wenn sie einen ganzen Teller essen. Und da Jen nicht gut im Kochen ist, ist es sowieso nicht so nahrhaft. Aber wenn sie jetzt richtig Essen kocht, einfach nur einen Teller, dann ist es vom Hungerstillbedürfnis mehr wert, als wenn sie einen Teller von einem servierten Gericht nimmt. Man, nur Rohkost ist ja traurig. Guck mal, das wird nicht mal zur Hälfte aufgefüllt. Und sie war nicht sterbenshungrig. Also, ähm, Donnerwetter, dann nimm mal noch ein. Das gibt's ja gar nicht. Geralt hat keine Zeit zum Essen. Wo ist die Fahrgemeinschaft? Da. Das klapprigste Auto der Welt. Okay, Geralt. Denn, äh, hau mal rein. Ja, du willst doch jetzt nicht den Teller nehmen. Geralt! Geralt, du bist... Jetzt geht der... Du wirst doch jetzt nicht hier im... Also, jetzt will er noch ins Badezimmer gehen und den Tisch abspülen. Was ist er nochmal? Er ist irgendwie Sanitäter oder so, ne? Guck mal, er hat einen Ordentlichkeitspunkt und Jen null. Also, sie ist ultra extrovertiert. Meine Güte. Ähm, so, jetzt nochmal. Was arbeitet er? MTA. Was ist ein MTA? Einstiegslevel. Schlechtbezahlter Job in einem riesigen medizinischen Labor. Aber immerhin eine Möglichkeit deiner Eignung und dein Interesse. Für die Welt der Medizin zu erproben. Röntgenaufnahmen machen, Proben nehmen und Testresultate vorbereiten. All das gehört zu deinen Aufgaben. Okay. Ähm. Was ist das hier? Durchschnittliche Leistung. Logikfähigkeiten. Brauche ich die, oder? Weil das war ja so eine Sache. Oh, sie hat tatsächlich einen Kochpunkt. Also, so schlimm ist es nicht. Ich verstehe gar nicht, wie sie hier immer... Hier immer abwäscht. Wie sie das einfach so macht. Das ist doch nicht normal, Frau. Du bist unordentlich, habe ich gehört. Nimm dir noch einen. Nimm dir noch einen Teller, Yen. Volle Gönnung jetzt, aber richtig. So. Und denn ist immer richtig. Aber meine Fresse. Und benutzen. Und abziehen. Und reinigen. Und reinigen. Und aufwischen. Und dann darfst du selber duschen. Meine Fresse. Der ist ja den ganzen Tag schon vorbei. Ich hatte eigentlich vor, dass wir mit Yen, weil sie so ein Scheiß-Outfit hat, in die Stadt fahren. Und ihr etwas besorgen, was ihre Alltagskleidung ersetzt. Ich glaube, das geht. Man kann Standard-Schwimmkleidung kaufen und Nachtgewand, was auch irgendwie doof aussieht. Das ist halt dieser ganze Standard-Kram. Aber ich hatte ja beim Erstellen von Yen überhaupt nicht auf ihre Kleidung geachtet. Seltsamerweise. Ich weiß nicht warum. Und. Naja, war das eben ein Knurren? Ich muss das machen. Oder war das ein sehr unenthusiastisches Summen? Ich bin mir da nicht so sicher drüber. Was summt denn hier? Hier sind irgendwo Fliegen. Aber ich weiß nicht warum. Oh, ach da. Hier drin. Oh, scheiße. Die sind hier drin, weil das Klo so drecklich ist. Okay. Diese blöden Fliegen, die so durch die Gegend fliegen, die kann man nicht, ähm, die kann man nicht greifen, die kann man nicht wegnehmen. Wenn die jetzt über einem Mülleimer sind, kann ich einfach den Müll rausbringen und dann sind sie weg. Aber wenn die so durch den Raum fliegen, dann kann ich sie nicht loswerden. Das bedeutet einfach, die ganze Bude ist dreckig. Und dann nimm irgendwas. Ich finde das interessant. Sie schimpft so ein bisschen in sich hinein. Aber Gerald ist richtig mordsmäßig am Meckern. Der ist richtig am Motzen. Und sie schimpft nur so ein bisschen still in sich hinein. Und dabei ist sie ultra extrovertiert. Sie ist eigentlich genau die Art von Person, der man am liebsten nicht begegnen möchte. Weil du hast sie kaum getroffen und auf einmal ist sie dein bester Freund. Hey, Frau, warte mal ab. Chill mal ein bisschen. Ich weiß überhaupt nicht, wer du bist. Warum bist du so mega extrovertiert? Okay. Sie ist kurz nach Gerald aufgestanden. Irgendwo zwischen sechs und sieben. Ich weiß gar nicht, warum die so früh aufstehen. Warum würde eine arbeitslose Person um sieben Uhr aufstehen? Jetzt mal unironisch. Wenn du nicht irgendwie einen Arzttermin hast, was musst du denn tun um diese Uhrzeit? Betrifft auch Rentner. Warum würde ich um diese Uhrzeit aufstehen? Vielleicht bist du erholt und dein Tag war nicht anstrengend. Oder dein ganzes Jahr war nicht anstrengend. Du bist ausgeschlafen. Du bist halt einfach nicht müde. Okay. Fair. Aber doch nicht immer. Kann doch nicht sein. Ich finde es auch ein bisschen bedenklich, wie die Ordentlichkeit dazu beiträgt, ob die spüren, nachdem sie kacken waren. Wie kann das denn sein? Hier ist Cyber-Yen mit diesem komischen Outfit. Sie sieht aus wie der Predator. So. Hol mal ein Taxi in die Stadt. So. Und da kaufen wir dir ein neues Outfit. Das sieht ja schlimm aus, Mensch. Das geht doch so nicht. Du besorgst dir ein schönes neues Outfit, was du jeden Tag anhast. Und vielleicht noch was krasses zum Schlafen gehen oder so. Badeklamotten braucht es nicht, weil wir keinen Pool haben. Warum soll ich den bezahlen? Mit meinen unglaublichen 207 Dollar? Nee. Kann ja gar nicht sein. Guck mal, Lams, ne? Ja. In wenigen Sekunden. Okay, mach mal Radio an. Na los. Warum finde ich diese Musik so komisch? Das ist so doof. Na gut. Jaja, wenn du in die Stadt gehst, wird das Haus in deinem derzeitigen Zustand gespeichert. Jaja, wir verlassen das Haus. Die machen richtig Panik. Willst du das Haus verlassen? Wenn... Ja, natürlich. Mach mal. Wir verlassen das Haus. Guck mal, das Taxi sieht so viel besser aus als die Fahrgemeinschaft. Ich weiß ja nicht, was dieser komische Pfeil soll. Pfeil und Bogen ist ein seltsames Symbol für ein Taxi. Ist mir noch nie so aufgefallen. Oh Gott, 50 Dollar. Mann. Ja, eigentlich haben wir gar kein Geld. Wir haben gar kein Geld, um uns jetzt was Besonderes zu kaufen. Okay. Alte Farm. Besuche doch mal die alte Farm und lass dich von der Magie des Alters gefangen nehmen. Main Street Landgraf Einkaufszentrum. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Mitten im Herzen der Stadt gelegen, bietet dieses Einkaufszentrum alles, was das Herz begehrt. Innen- und Außenrestaurants, Geschäfte, Klamotten, Läden und ein Erholungsgebiet. Jawohl. Da möchten wir hin. Adoptionszentrum für Hunde und Katzen. Achso, dafür müssen wir, glaube ich, in die Altstadt fahren. Okay. Erstmal wollen wir da hingehen. So. Finde ich immer interessant. Komfort, Hygiene, Handrang, soziales Leben, Spaß, Energie. Alles erstmal mega negativ. Wir wollen das erstmal hier ein bisschen zurechtfinden. Bevor wir hier jetzt... Was ist denn das hier alles? Suche nach. Was? Nein, das volle Leben. Das sind irgendwelche Zeitschriften oder so ein Kram. Hier kann man essen gehen. Der coolste Grill aller Zeiten. Brauchen wir auch nicht. Hier sind Klamotten, Läden. So. Keine Aktion möglich. Genau. Aber hier kann man jetzt verschiedene Sachen gucken. Wir können durchsuchen, anprobieren. Ich glaube, das sind zwei verschiedene... Ich meine... Also hier bekommen wir, glaube ich, etwas anderes als in dem. Das sind halt verschiedene... Hä? Wir durchsuchen mal. Wir durchsuchen einfach mal. Bei dem bin ich mir nicht sicher. Da hängen verschiedene Sachen drin. Aber das Design der Schränke ist gleich. Da kam es immer drauf an. Hier haben wir noch einen dritten. Da ist auch was anderes drin zu finden. Also das sind so eine Sachen. Wir müssen dann halt an verschiedenen Ständen gucken, weil es da verschiedene Sachen gibt. Vielleicht ist auch einer ganz spezifisch nur für Bademode oder Unterwäsche. Das sieht fast so aus. Wir müssen mal gucken, was davon jetzt wirklich, wirklich passt. Aber habe ich eben richtig gesehen? 149? Verdammt, das ist viel zu teuer. So, bekomme ich jetzt ein... Warte mal, durchsuchen bringt nichts, ne? Ich muss anprobieren. Ja, durchsuchen ist nur so... Durchsuchen ist eine Aktion, wo du sagen kannst... Okay, du hast etwas getan. Ah, das ist ein Nachtgewand. Okay. Ich meine, warum nicht, Frau, wenn du darin schlafen willst? Aber das ist doch... Das ist alles nichts, in dem ich schlafen würde. Okay. Ja, das ist der Standard. Wenn ich jetzt so ein Nachtgewand gebe, dann verliere ich Abonnenten, wa? Denn, denn, äh, deabonnieren mich auch die letzten Frauen, die noch da waren. Aber guck mal, was sie für breite Schultern hat, Mann. Sie ist gebaut wie sonst was. Meine Fresse. Aber in sowas kann man doch nicht schlafen, oder? Nein, das sieht doch am ehesten aus wie etwas, in dem man schlafen könnte, wo jetzt nichts im Weg ist, weil es jetzt nicht so wahnsinnig unpraktisch aussieht. So, wir gehen mal auf Abbrechen und gucken... Nein, wir wollen hier nicht irgendwie... Wir gucken mal da. Anprobieren. So, was gibt es denn dort? Was ist das hier? Ach, ja, bestimmt. Das können wir uns nicht leisten, Mensch. Was ist denn jetzt los? Hier ist einer im Weg. Was macht denn der blöde Angestellte hier? Angestellter Uli, weg mit dir. So, Jen, was gibt es denn jetzt hier zu sehen? Was könnte man da denn einkaufen? Ach so, das sind, äh, Abendgewänder. Ähm, ja. So ein Leben führst du nicht. Das schlagt die Maus im Kopf. So, dann gucken... Dann gucken wir mal hier... Ach, hier gibt es alles. Hier gibt es alles. Ähm, Badeanzug können wir mal gucken, aber das bringt eigentlich nichts. Davon haben wir nichts. Das, äh... Da haben wir nichts von, wenn wir das jetzt angucken. Weil eigentlich... Oh, Julia ist hier. Warte mal. Ah, die kenne ich doch. Julia von Spinnweb mit zwei Punkten. Das ist unsere beste Freundin. Sag mal, kann sich Philipp hier mal verpippissen? Ver-ver-ver-ver-pippissen? Wer bist du denn? Weg mit dir! Philipp! Hallo, ich bin Philipp. Wie er aussieht. So, was haben wir denn hier? Bade-Outfits. Es finde ich immer noch lustig, wie... Wie, ähm... Ultra-fit jeder Sim ist. Im ersten Teil gibt es keine dicken Sims. Sie haben alle miese Waschbrettbauch, breite Schultern. Sie sind alle übertrieben gebaut. Das ist ein Bade-Outfit? Damit würdest du in den Pool springen? Hm, okay. Das finde ich cool. Ja, und ansonsten zwei Bikinis, ein... Keine Ahnung. Und ein interessanter Badeanzug. Weißt du was? Wir kaufen dir jetzt ein krasses Nachtgewand. Bleib einfach hier. Wir kaufen jetzt... ...einen Schlafanzug. So. Winterkleidung brauchen wir halt nur, wenn wir irgendwo Urlaub machen. Das ist... Das ist einfach nicht nötig. So, dann haben wir jetzt gleich das gleiche Auswahlfenster, bin ich der Meinung. Nur das, was wir gleich kaufen können. So, bitte ein Outfit auswählen. Ja, das kleine Schwarze. Das lange Weiße. Das kleine Rot. Das sieht irgendwie... ... in Zweiteiler. Da könnte man sich noch einreden, dass es nicht so ganz macht, was es will in der Nacht, ne? Ich meine, das wäre wahrscheinlich vernünftiger, zumindest für den Winter. Draufgeschissen, wir nehmen es das Rote. So. Damit du krass aussiehst, wenn du morgens aufstehst. Wir wissen nicht für wen oder warum, aber wir machen es einfach mal. 75, Mann. Das ist fast unser halber Hausstand. Julia von Spinnenweb. Da war doch irgendwas mit Schnürsenkeln oder so, ne? So. Hallo, Julia von Spinnenweb. Meine beste Freundin. Du kennst mich wenigstens zu... Du kannst mich wenigstens zu 2% leiten. Alle anderen zu 0. Von daher... Beste Freundin aller Zeiten. Ja, komm und Nana. Ja, Mensch. Sowas aber auch. Unterhalten, Wind machen. Nein, ich wollte eigentlich... Ich wollte einfach unterhalten, wie man sich unterhält. Aber sie sagen, ich soll sie unterhalten. So, über Interessen reden? Ja, sie stehen beide auf Delfine. Berge? Sind Berge geil? Ja, Berge sind geil. Bei Tratschen ist immer so ein bisschen schwierig, weil sie denn vielleicht über Leute schlecht reden, mit denen sie vielleicht verheiratet sind. Wenn ihr das mal gucken... Wir kennen sonst nur Winfried von Spinnenweb. Mit dem wird sie auf irgendeine Art und Weise, ähm, verwandt sein. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, über den zu lästern, dann wird sie das wahrscheinlich nicht so geil finden. Flirten? Jetzt schon? Wir sind gerade bei 9%. Antesten. Äh, Moment. Tratschen. Jetzt probieren wir einfach mal. Ob ich jetzt versuche, ihren Mann schlecht zu reden? Ha! Wie sich umgucken. Über gut. Eine irgendein Typ. Das funktioniert halt nur, wenn sie die gleichen Leute nicht leiden können. Furchtbar. Ihr seid schlechte Menschen. Hört ihr mich? Ganz schlechte Menschen. Böse. Kompliment machen, bewundern. Ach, ich weiß nicht, ob das gut ankommt. 17. Ja, du hast es drauf, Frau. Wunderbar. Umarmen, unterhalten, freundlich. Ich finde, das ist immer so ein Megasprung. Aber bitte, wenn du meinst. Beste Freunde, sage ich doch. Nächstes Mal, wenn ich dich anrufe, sagst du nicht, du musst Schnürsenkel häkeln. Hast du verstanden? Weißt du was? Egal. Probier mal. Sie guckt mit verschränkten Armen, ich glaube. Das war ein bisschen zu schnell. Oh, bei mir gibt es Plus. Und bei ihr? Unsicher. Oh, doch, Plus. Okay, weißt du was? Wir belasten es einfach mal dabei. Können wir mal kurz hier anschauen. Ich dachte eigentlich, da kommt bewundern. Aber so. Na schön. Hoffentlich muss ich das nicht zensieren für YouTube. Bewundere. Bewundere härter, verdammt. Warum hast du denn keinen Spaß? Ja, ist eine Statue. Komisch. Hat keinen Spaß. Flirten. Süßholz raspeln. Antesten. Anbrummen. Diese Abstufungen sind so interessant. Mach mal einen Witz. Was ist denn hier los? Downtown-Spiele können nicht gespeichert werden. Aber die Beziehungen, Stimmungen und natürlich die Finanzen der Sims werden gespeichert, bevor sie nach Hause gehen. Sorge dafür, dass die Sims genug Energie haben, um in die Stadt zu gehen. Dann bleiben sie auch länger. Okay. Ich hoffe, das Zurückfahren nach Hause kostet mich nicht nochmal 50 Euro. Weil das treibt mich in den Ruin hier zu sein. Das wäre gar nicht gut. Ah, das gefällt ihr nicht. Ah, sie ist... Sie hat schlechte Laune. Oh nein! Was? Meine Güte. Ähm... Fragen? Wie geht's? Was denn los? Sie hat schlechte Laune, obwohl sie versucht hat, einen Witz zu machen. Ist es die Frage, ob sie schlechte Laune hat wegen dem Witz oder ob der Witz einfach nicht gereicht hat, um ihre Laune zu bessern? Schwer zu sagen. Sie hat Hunger! Ja, Mann, das ist jetzt eine der wenigen Sachen, mit denen ich nicht dienen kann. Meine... Meine, du bist ja nicht... Du bist ja nicht bei mir zu Hause. Soll ich dir was kochen? Was soll ich da machen? Wir versuchen, um ein bisschen aufzumuntert. Wir waren bei 21. 24 ist okay. Wir können sie auch morgen zum Essen einladen oder so, wenn sie so einen Hunger hat. Nach Hause. Okay, das kostet nichts. Gut. So, ich weiß nicht, wann Geralt zurückkommt, weil das wäre natürlich interessant, wenn wir jetzt lange hierbleiben. Länger als die Zeit, in der Geralt nach Hause gekommen wäre, weiß ich nicht, was mit dem ist, wenn wir jetzt zurückkommen. Denn stand da der schon zwei, drei Stunden und ich war nicht da, um ihn zu betreuen. Um ihn zu betreuen kommt auch gut. Komm uns, Nana. Ja. In wenigen Sekunden. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Mann, 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 das ist aber mehr als weniger. In Hot Date gibt es über 40 neue soziale Interaktionsmöglichkeiten für dieses. Probier doch mal ein paar Geschenke einzukaufen und sie deinen Freunden zu überreichen. Ja, ja. Alter, das ist jetzt schon ziemlich lange. Das ist mehr als nur ein paar Sekunden. Wo ist denn das dumme Auto? Ist das hier irgendwo? Ne. Früher kam mir das immer so gigantisch vor, aber es ist gar nicht größer als ein normales Grundstück. Ah. Interessant. Und es gibt doch... Nein, es gibt keinen zweiten Stock. Da ist es. Ab nach Hause mit dir. Jen. Weil wenn Gerald um 8 Uhr zur Arbeit gefahren ist, jetzt ist es 19 Uhr, dann müsste er schon wieder zurück sein. Wie lange arbeitet der? Achso, es ist nur 12.47 Uhr, was? Nein, wir möchten das Hilfesystem nicht aktivieren. Ach, es ist gar keine Zeit vergangen für sie, was? Wie seltsam ist das denn? Sie kommt zurück und das ist die gleiche Zeit, wie die Zeit, zu der sie gegangen ist. Das war mir jetzt nicht so... Nicht so... Klar. Okay, interessant. Ah! Nimm einen Teller. Fantastisch. Vom Frühstück ist noch was übrig. Bester Deal aller Zeiten. Mein Gerald muss befördert werden. Wir haben so wenig Geld, das ist nicht in Ordnung. Wie soll ich mir denn eine Katze kaufen können, wenn wir nicht genug Geld haben, um mittags was anderes zu essen, als zum Frühstück? Das ist ja nun wirklich nur eine kleine Anforderung. Aber nehmen wir mal an, das wäre ein normales Frühstück. Äh... Nutella, Toast, Marmeladenbrot, Rührei, Schüssel Müsli. Jetzt stellt euch mal vor, ihr lasst irgendetwas davon zur Hälfte stehen und esst es am Mittag weiter. Das ist grausam! Ich sage nicht, das ist unmöglich, aber habt ihr schon mal Cornflakes drei, vier Stunden in Milch aufweichen lassen? Wahrscheinlich sind die denn komplett weg, ne? Das wird irgendwann eine homogene Masse. Und die Milch hat Zimmertemperatur. Grausam! Das ist... Das ist... Gar nicht gut! So, sie hat eben, eben darüber geschwärmt, wie lecker das ist. Dann nimm noch einen Teller und dann wollen wir mal sehen. Fertig mit Essen. Wagt es nicht, jetzt... Jetzt nimmt sie den... Ich dachte wirklich, jetzt nimmt sie wieder den Teller und legt auf den Boden. Immer wenn die Aktion abgebrochen wird, zu einem ungünstigen Zeitpunkt, dann lassen sie es einfach da stehen, wo sie gerade waren. Und das ist so albern hier, dass sie... dass sie immer wieder einen neuen Platz brauchen. Ach Gott. Wenn ich mir vorstellen würde, dass ich jedes Mal einen neuen Platz brauche an meinem Tisch, nur weil da ein Teller steht. Oder ein Glas. Ich muss das ständig im Stehen essen. Das geht ja gar nicht. So unmöglich. Ach Gott. Okay. Jetzt müssen wir was tun gegen Komfort und Spaß. Und da gibt es eigentlich nur eine Sache. Erstmal pinkeln gehen. Und dann mach die Glotze an. Was willst du sonst machen? Weil wenn du nicht genug Spaß hast, dann willst du ja auch nicht lernen zu kochen. Aber lernen zu kochen wäre echt hilfreich, weil dann... Dann machen deine Gerichte satter. Und vielleicht können wir uns dann irgendwann nochmal einen Herd kaufen, was Vernünftiges kochen. Und... dabei die Bude nicht in Brand setzen. Das wäre super. Dann. Untertitelung des ZDF, 2020